Moin Kinder, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Video für euch, das sich um ein Kleid handelt, das ihr in mehrere Variationen stylen könnt. Also einfach so ein bisschen zur Inspiration für euch. Mal wieder ein Fashion Video, dachte ich mir, sollte mal wieder kommen. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken auch nicht so viel. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.